Ja, hallo und willkommen diesmal zu einer Special-Ausgabe, die Simpsons. Es ist nämlich gar keine richtige Folge, denn ihr habt es wahrscheinlich schon am Titelbild gesehen. Da steht ja einfach nur Wünsche für die 50. Folge. Und deswegen möchte ich dieses Video einfach mal unter das Motto stellen. Was wünscht ihr euch für die 50. Folge der Simpsons? Ja, es sind ja jetzt mittlerweile schon, glaube ich, Stand jetzt, wenn ich es gerade aufnehme, 47 Folgen online. Folge 48, 49 sind in der Mache, keine Sorge. Das heißt, die nächste Folge, die dann noch neu zu machen wäre, ist Folge 50. Und ja, aufgrund der großartigen Unterstützung und aufgrund des großartigen Feedbacks und der vielen Kommentare, die ihr ja immer unter die Videos schreibt, ist ganz toll. Matthias Dorf quillt ja auch schon wahrscheinlich über vor lauter Eiern, die ihr ihm da ins Nest gelegt habt, sage ich jetzt mal. Haben wir uns natürlich dann auch schon Gedanken gemacht, was denn der Matthias dann tolles machen könnte für die 50. Folge. Aber wir sind dann uns, äh, uns ist leider noch nicht so ganz so viel eingefallen. Deswegen, äh, wollte ich jetzt einfach mal nochmal dieses Video machen, um einfach noch einen zentralen Ort zu haben, wo ihr alle Ideen sammeln könnt, was ihr euch wünscht für die 50. Folge. Denn wenn man das jetzt einfach immer unter jedes Video schreibt, ist das dann auch etwas schwer, dann, äh, noch zu sammeln. Deswegen einfach unter dieses Video schreiben, was ihr euch noch wünscht für das 50. Video. Und dann werden wir dann versuchen, das umzusetzen, je nachdem natürlich, ähm, ob da genug Dollar da sind oder ob genug Donuts da sind. Aber ansonsten können wir das definitiv alles umsetzen. Wenn ihr dann gescheite Ideen habt, einfach unter dieses Video schreiben. Und, ja, das war's auch schon von meiner Stelle hier. Deswegen noch viel Spaß mit den weiteren Simpsons-Videos. Und bis zum nächsten Mal. Euer Fred. Und bis zum nächsten Mal.